So Freunde, dieses Video hier ist absolut wichtig und ich danke jedem Einzelnen, der sich das komplett zu Ende anguckt. Ich wünsche euch viel Kraft, alles Gute und ich hoffe, dass wenn es hier wieder halbwegs normale Welt ist, dass wir nochmal vorbeikommen und wir nochmal mit den Leuten austauschen. Vielen, vielen Dank Leute und packt mit an. Ja, das Ding ist, da hat er gerade was sehr Wichtiges angesprochen, wenn hier wieder normale Welt ist, was erstmal sehr lange dauern wird. Ihr seht, ich sitze mit Bademantel hier. Wir sind vorhin erst zurückgekommen. Auf die schnelle, ungeschnittenen, ein Video einfach hochladen, damit bei mir weiterläuft. Ihr seht, auf meinem Hauptkanal kommt nichts, auf Nebis Kanal kommt nichts mehr. Ich habe vieles sitzen lassen, nur mein Reaktionskanal versuche ich mit ungeschnittenen, solchen Reaktionen zu füttern, am Leben zu erhalten. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich will ja auch nicht alles verlieren, aber man hilft, wenn man kann. Mit Bademantel sitze ich hier, komplett verschwitzt gewesen, eben noch schnell geduscht etc. Ich muss jetzt gleich auch nochmal wieder los. Wir haben noch eine Ladung gekriegt. Der Kurs geht auch wirklich an der Stelle raus, an all die Jungs aus Aachen, die mir ihre Hilfe angeboten haben, die selber nach Stolberg fahren etc., pipopo, sich verteilt haben, helfen, wo sie nur können. Aber es fehlt trotzdem überall an jeder Stelle Hilfe, auch finanzielle Hilfe. Ihr könnt auch spenden, was weiß ich. Ihr könnt, selbst wenn ihr weit weg wohnt, könnt ihr einfach ein bisschen so Geld spenden. Diese Sachen werden gekauft und werden dann zu diesen Orten gefahren. Denen fehlt es wirklich an allem. Was heißt an allem? Ja, an Essen, Nahrungsmittel nur, damit sie mal diese Übergangsphase, bis sich endlich mal irgendwas tut, überstehen können. Auf jeden Fall starkes Video. Danke an jeden Einzelnen, der bis zum Ende dran geblieben ist. Danke an jeden Einzelnen, der da mitfühlt, der da geholfen hat, der vom Weiten aus mit Gedanken nur hilft, mit Gebeten, was weiß ich was. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Wir sehen uns dann im nächsten Video.